Nach fast 200 Tagen im All sind am Montag vier Astronauten zur Erde zurückgekehrt. Am frühen Nachmittag verließen sie mit einer SpaceX-Crew Dragon-Kapsel die internationale Raumstation und machten sich auf den Weg Richtung Erde. Die Kapsel flog über die US-amerikanische Stadt New Orleans, bevor sie schließlich im Golf von Mexiko landete. Mit einem Kran wurde die Kapsel an Bord eines Schiffes gezogen. Nach einer Flugzeit von acht Stunden konnten die Astronauten sie schließlich verlassen.